Ein Besuch im Zoo ist meist für die ganze Familie ein besonderes Ereignis. Gerade im Frühjahr ist es im Zoo oftmals noch interessanter, denn die Tiere hegen Frühlingsgefühle. Und so kann es auch im Reptilienhaus schon mal richtig zur Sache gehen, wenn Herr Schildkröte sich mit Frau Schildkröte vergnügt. Nein, wir sind hier nicht in einem Schildkrötenporno. Hier wird gerade unter größter Anstrengung für die Erhaltung einer Artenvielfalt gearbeitet. Wenn Herr Schildkröte die Anstrengung weiterhin durchhält, können wir uns bald an vielen kleinen Schildkröten im Reptilienhaus erfreuen. Also stören wir nicht weiter und lassen die beiden weiterarbeiten. Frühlingsgefühle im Zoo können also durchaus für etwas andere Bilder sorgen.